Boah, jetzt habe ich echt lange nicht mehr richtig Videos gemacht. Mal schauen, wie es um meinen Kanal steht. Okay. Oh nein. Weniger Views als die letzten 30 Tage. Weniger Subs als die letzten Tage. Vielleicht bin ich einfach nicht mehr im Trend. Gucken wir mal, was im Trend ist. YouTube Trends. Bleib immer auf dem Laufenden über die angesagtesten Trends auf YouTube. Okay. G20. Vielleicht sollte ich mein Aufnahmezimmer kaputt machen. Okay. Was ist das da? Spiele niemals um 3 Uhr nachts Charlie Charlie Challenge. Okay. Nein, da ist Ash von Ash5. So, hier ist er. Tut so, als wenn er schläft. Bewertung ausgeschaltet. Hashtag 14 Uhr mittags. Größte Verarsche. Charlie Charlie, bist du da? Jetzt müsste er nicht das sein. Und 3 Uhr nachts findet das Ganze statt. Aber anscheinend gucken sich das jede Menge Leute an. 54.000 Abonnenten. 200.000 Views. Und den Kommentaren. 3.57. Ah ja, da draußen ist eindeutig dunkel. Also es ist auf jeden Fall nicht fake. Gucken wir mal. Ich gebe mal hier 3 Uhr nachts ein. ConCraft hat dazu was gemacht. 600.000 Aufrufe. Rayfox 200.000 Aufrufe. Okay Mist, Leute. Also steht fest. Ich brauche das auch. Ich muss irgendwie auch ein 3 Uhr nachts Video machen. Okay Leute. Dann warten wir jetzt mal ab, bis es 3 Uhr nachts wird. Okay. So Leute. Ich darf jetzt nicht mehr so laut sprechen. Ah, ihr seht hier oben. Wir haben 3 Uhr nachts. Und ich wollte einfach mal schauen, was passiert, wenn man um 3 Uhr nachts ein Video aufnimmt. Also wie man da oben sieht, ist es wirklich 3 Uhr nachts. Und äh. Also es ist total dunkel. Und es sieht auch schon total gruselig aus, wenn wir mal genau hinhören. Ist da auch jede Menge gruselige Musik im Hintergrund. Die Geräusche mache übrigens nicht ich, sondern irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Ähm. Was macht man zum 3 Uhr nachts? Also ein Widget Spinner drehen können wir nicht, weil ich habe keinen. Wir können mal Siri fragen, wie spät es ist. Wie spät ist es? Es ist 3 Uhr 2. Nein. Es ist 3 Uhr. Punkt. 3 Uhr. Okay. Irgendwie passiert nichts, obwohl 3 Uhr nachts ist. Machen wir niemals um 3 Uhr nachts einen Tab. Komisch. Drehen niemals um 3 Uhr nachts einen Fidget Spinner. Komisch. Es ist wirklich 3 Uhr nachts. Charlie, Charlie, bist du hier? Wer? Ich? Leute, das ist kein Fake. Siri ist Charlie. Scheiße. Eins und eins. Siri, bin ich verflucht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. What the heck? Oh mein Gott, Leute. Alter, ich habe gerade einfach nur so zum Spaß Siri gefragt. Und seht ihr das da drüben im Hintergrund? Das ist doch nicht wahr. Das ist kein Fake jetzt gerade, ne? Was ist wirklich passiert, Leute? Die 3 Uhr nachts Videos sind wirklich wahr. Ich dachte immer, es wäre Spaß. Bin gestorben. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gar keine Ahnung, was ich mit diesem Video aussagen wollte. Ich wollte mich einfach nur ein bisschen darüber lustig machen, dass diese 3 Uhr Challenge wirklich lächerlich ist. Und ja, also ich hoffe mal, das Ganze hat jetzt Früchte getragen und ihr habt euch das Video angeschaut, weil das Ganze ist ja irgendwie ein verzweifelter Versuch, wieder mehr Klicks und Views zu machen und vielleicht auch Abos. Deshalb, wenn ihr das Video unglaublich gut fandet, lasst doch mal ein Abo da. So dreht man ein 3 Uhr nachts Video. Ich bin unwahrscheinlich dumm. Tschüss.